hey leute was geht ab hier ist der calvin und ich bin gerade in würzburg ja und hier hinten sind meine workshop teilnehmer winkt mal und wir haben gedacht wir machen euch jetzt ein youtube video und zwar gruppenaufnahmen ja mit party hat es aber nicht so große erklärung soll einfach nur so ein blick an die kulissen sein guck mal zwei blitze ja einer rechts einer links und der calvin fotografiert jetzt weil bestimmt jetzt wieder welche schreiben ich sag mal einstellung iso 200 blende 8 125 ja und jetzt mal ein cooles gruppenbild ich blende euch danach ein allerdings schon bearbeitet die die bearbeitung erkläre ich aber nicht die ist nur raw ein bisschen ist eh nicht zu entscheiden also guckt einfach mal zu ok wir sind alle zusammen jetzt jerome gehst du ein bisschen nach außen noch du bist relativ super ok ja das sieht in der mitte vielleicht noch ein bisschen näher ran genau schön daran jetzt verschwindet klaus sind genau da muss man gucken ja warte mal genau hier ist besser marvin und bis nach da klaus jetzt in die mitte rein super ok alles klar erst mal so bleiben ich mache erstmal test schuss ok achtung drei zwei eins hat nicht ausgelöst ja jetzt also nochmal drei zwei eins zu mir gucken ok was vergessen habe zu sagen jeder der die augen zu hat muss einen ausgeben das was ist so gewesen hier in der mitte name hier also ich zähl runter und wer die augen zu hat gibt einen aus ja kein witz jetzt achtung ich zähl runter drei warte warte ich guck alle noch mal vor geblinzelt ne ok ne war gut also ich zähl jetzt wirklich runter und ihr macht so wenn der workshop voll geil gewesen wäre ja wenigstens so machen ja ok also ihr flippt voll aus warte drei zwei eins ja ok moment moment ich muss ein bisschen richtig ausgeflippt hier mein lieber mann einer ist immer dabei der durchdreht ja ich hab das bild schon aber ich mache noch 23 also gibt noch mal alles 3 2 1 go hey geil und es war ein spontanes video und jetzt wieder das geile bild eingeblendet inklusive raw konvertierung bis zum nächsten mal